Sie haben Pumpe verliehen? Ja, haben wir. Ich hab gesagt, er soll nicht schießen. Ich geh aber was machen. Ich hab Prüfer aus dem Ganzen. Ich glaub, der ist eng. Fände sich gut aus? Da weiß ich nicht, ich spür, glaub ich nicht. Falls er das ist. Gehen in die Unterklinie. Echt? Ja, 84! Ich sehe Eitig. Gehen nicht also, der nicht zumPERlösen ist. Seht ihr zurück in der Spannung. Das war's für heute. sehr unterhaltsam grad wie lobby noch ein 118er kann ich ja auch noch gut gerade ja man hat ja meistens schon die helden auf 130 für die fähigkeit ist schon gut wenn ich muss mir ein bisschen stein oder mit er ist ein bisschen ja sonst ein bisschen für mich oder ja oder effizienter habe ich auch wenig ich so weit kommt also nach der Räule nicht schießen Don't shoot please in the next wave oder was ob du mal Ja, ist er deutsch? Ne, ich glaub der kann nur englisch aber ich kann der also ich denk der kann scheinen ähm Ja, hast du sonst Roherz oder Planken? Ja, Roher, ja Ja, das brauch ich halt Obwohl ich hab auch nicht so viel brauchst du Kohle? Ja, Kohle nicht Ja, Roher zu der Planken ich kann dir sonst 5K-Stein geben jetzt noch ein paar Planken ja ja, hm ähm dann höre ich nicht ja ja danke 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 und don't shoot in the next wave und okay don't shoot okay okay you can speak german and now okay which number of defense is this? m10 m10 oh nice pass out my trap time it did you build him? yes yeah the next one I the 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 next one yes nice you can wash this yeah now I built my yeah I built the tunnels for this one as well oh yeah man there's your doctor you only English can you speak? yeah in addition my arm language how much helps you have helps there's my language in chat what no how much helps helps help helps um um uh 1,100 you try it a little Oh, du kannst mir ein bisschen geben? Oh, du kannst mir einen Lidl geben. 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 100% Wie viele Stunden, du hast einen ersten Lidl? At once. um 19 was time did you do it? how was time did you do it? um 19 nice what role did you play? what what? What role did you play? Round? Round. I'm sorry. I make 90 times. I'm asking what role did you play in first night? Power level. Oh. What? I don't can so good English. Okay. Ehm. Boulder. Nice. Yes. Hm. Hm. That will be something interesting. Okay, go. Oh. Hier. So sind die Verteidiger-Slots komplett voll. Oh. Weil... Weil... Weil mein voll ist oder... Weil... Leute hier drin sind oder... Ich kann einen platzieren. Okay. Okay. Prozieren. Nicht schießen, Freddy. Oh ja. Ist aber nur ein dumm Gewerr. Ja, aber EGS wird ja EGS wird gut voll. Echt... Echt? Cheater. Echt? Cheater. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? für das lmc es war gerade nicht das beste aber dafür brauche ich 24 ist robuste und achtmaler robot dann hat zwar nicht die besten perks aber geht eigentlich ich habe auch dieses grundsdunkel wäre es geht helium trott blend habe ich leider in ebisch polter oder wie polter fackler habe es eigentlich fast alle wenn der testwaffen ich hatte doch noch eine skritscher gehabt ich weiß doch das ist schon dings hatte säge reißer sehr kreis habe ich auch noch als getze auf 34 noch noch zwei wellen endlich können wir jetzt alle exploder teile in die luft ja ich glaube dir gehört die base oder ja möchtest du dass alles zerstören oder noch am ende dann ist ja fast wie in urlaub auf drei piks 6 schutz wäre gut gewesen aber dann müssten wir weg gut ich sehe so viele zombies werden dann wieder in der letzten welle 1200 sein das messer rollt da zucker aus reis besser fast daher kommt als nächstes ja direkt über also so Wie ist das so alt? Uuuuuhh, kein Böder. Kiebel, kein Böder. Oh Das war's für heute. Oh mein Gott, komm her! Ja, boi! Zum Englisch! Ja, 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 ja! Okay, jetzt können wir das. Warte, komm her! Warte, komm her! Warte, komm her! Kommt diese Woche Donnerstag noch eine Waffe rein? wie heißt die ich weiß nicht über einen werfer würde es mir so oft wieder freuen könnte ja auch noch in den top kommen dieser brächte viele sketschen aber meinte tue ich dann später als level wenn ich überhaupt bock dann auch ab zu leveln die skizzen das hast du dir selbst zuzuschreiben fast es sind jeder auf 140 insgesamt das ist die 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 Ich hab das noch nicht mehr. Und wie viele Sleeks haben? Wie viele Sleeks haben? Okay. 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 Bye-bye. Let's go. Okay. Wir haben hier ein großes violettes Problem! Kann ich permission, bitte? Permission? Äh, wo ist Boris hier? Okay. Ich brauche nicht Gas Traps, wenn... Ah. ...wenn er kommt von mir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass er nicht so ist. Ja. Beteiligt gegen Hüllen! Angriffstechnologie! Passiert! Kann ich mir ein bisschen Metall und Holz? Ja. Ich... ...dass... 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 Ah, ich habe keine Wood im Moment. Okay. Oh, warte, never mind. Es ist ein. Oh, das ist ein. Das ist ein. Nicht aus, aber nicht aus. alles gut oder 10 Minuten ok, go, go, on top ich will dann noch eine Drohne und Paddy mit platzieren gleich ok Base nicht vergessen zu fließen hm? Base, also die Basis, ich brauche sie hinten fuck es sind ja nur zwei Konstrukteure hier ja ok, wir haben easy geschockt dann will ich erstmal Urlaub haben von den ganzen Zombies ja 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 Look at the box Das war's für heute. Das war's. Tja, Tja, Tja. Eine Frage, kann ich dann hier die ganzen Fässer in die Luft jagen, dass sie nicht zu viel abbauen müssen, oder weiß lassen? Ja, ja, mach, mach, ich lesen wieder. Ja, ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 7. Weniger Arbeit dann, beim abbauen. Und wir 3, ja, hoffen, naja. Ja, schon, ich hätte mich bereit sein. Ja, schon, ich hätte mich bereit sein. Was kommt denn als nächstes noch? Nix. kommt dann vieles kommt irgendwann später vielleicht noch mal eine welt dazu im fortzeit ich bin doch wangweilig schon dann wird ja auch wir fangen weiter sein dann in so ein px ja so muss eine entspannte SSV auch immer sein ich kann mich nur erinnern wie einfach da ein Blankathon und Steinmild wurde während dem Blitzlevel oder ein Brutal am Ende was bringt euch hier zwei Bahners überhaupt hinzustellen ist es wirklich spannender ja nie wieder eine SSV erst mal ja 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 oder hog gel mich gg 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 hund 153 Bugs genieße es uch die 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 die